So, das ist eine Mission die haben wir mit Arthur begonnen. Hey, ich kann mich erinnern. Hier war ich schon einmal und da habe ich nicht gehört, wo mir keiner ist. Werkscheuerschwein. Ich dachte gerade, dass der Mann hier wäre gemeint. Ich weiß nicht, dass der Mann hier ist. Ein Buch über den Mann hier ist. Ein Buch über den Mann hier ist? Ach so, ich kann nicht mit dir sprechen. Schau mich an, ein Knie in Hogcrap. Ich kann nicht mit mir sprechen. Wir können sprechen während du arbeiten. Ich bin nicht zu sprechen. Insofern, ein junger Mann wie du kann es durchführen. Ah, ich weiß nicht was. Na ja, das kennen wir ja schon von erfahren. Ich will das für dich machen, aber ich mag es nicht. Der Mann hier war nichts, du weißt. Ich? Ich töte Menschen, Frauen und Kinder, auch. Inhalte. Ich sogar töte. Und ich töte sie gut. Ich schraue die Leute, ich schraue die Leute, ich schraue die Leute, ich schraue sie. Was? Sie grünen, wenn du sie schraue sie. Hey, lass mich arbeiten. Der Mann scheint auf jeden Fall nicht so viel Ehre zu haben. Ich weiß nicht was in diesen Hogcrap, aber ich weiß was von ihnen kommt. Also wenn, als eher so ein Mika-Typ, oder Mika-Typ. Also kein Revolver hat mit viel Ehre. Was für den Cowboy? Du hast keine Ahnung, Frau. Mit einem effeminate-Typ wie du? Ich würde wahrscheinlich schraue die Hände, schraue dich, schraue dich, und schraue dich, wie ein Sausage. Keine Ahnung. Jetzt ist es gut genug zu essen. Ich glaube, ich bin fertig. Ich bin fertig. Du gehst das Schraue nach dem Schraue, und ich glaube, du bist. Alles klar. Keine Ahnung von Schraue hierher. Es kommt aus den Höhnen, und keine Hand. Das Kiefer ist ganz. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Jetzt gehst du auf Calloway. Ich sagte, ich erzähle dir die Geschichte. Ich sagte, sie würden sie nicht zu sein. Keine Ahnung, mein Mann. Du kennst ihn. Gib mir etwas. Alles klar. Alles klar. Du machst in ein Buch, du musst über mich machen. Das sind nur die Sprache. Gib mir ein Buch, und ich werde dich allein. Du das verdest. Hey, du bist auf den Höhnen. Du bist auf den Höhnen. Du bist auf den Höhnen. Ich bin nicht so gut, dass ich mich auf den Höhnen. Eine Zeit... ich bin nicht so ein bisschen. Ein Mann. Ich bin ein Höhnen. Ich bin ein Höhnen? Du bist bereits in Höhnen. Ich habe mich mit den Führern, die diese Führung. Das ist dein letzte Mal, Herr Granger. Gib mir ein Buch. Für den Buch. Hey, hey, du willst nicht ein Mann, kein Mann, kein Regierungsverdienst. Calloway sagte, du warst mit Piss. Du hast nicht gesagt, die halte davon. Ich bin ein Höhnen. Du hast nicht die Zeit, ich habe zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Zu viel, zu viel. Als ich das Haus schraubt, habe ich meine Rechtes für mich zu schrauben. Mal schauen. Ich bin irgendwie falsch gelaufen. Oh Mann ey. Und ich kann noch nicht mal springen. Und ich kann noch nicht mal springen. Oh. es zu viel, zu viel. Es geht mir nicht. Don't mach es! Nein! 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 Okay, das kann ich nicht so gut. Doch, man hätte den auch entwaffen können, aber da bin ich nicht so gut drin. Eigentlich ist es schade. Ich hätte ihn lieber entwaffen. Ich glaube, ich hätte ihn auch einfach nur entwaffen können, aber wir kriegen eine geile Knarre, glaube ich, Rangers Revolver. Nein, falsche Taste gedrückt. Ich glaube, die B2 sind relativ ähnlich. Die ist sogar noch besser, weil sie genauer ist. So, und die möchte ich gerne jetzt mal checken. Gegenüber der hier. Oh ja. Da ist die hier. Rangers Revolver viel besser. Können wir eintreten? Schön. Dann machen wir das doch mal, ne? Der hat auf jeden Fall gut geraucht. Aber hier scheint nichts zu sein. Ich meine hier der Travers. Oh ja. Scheint aber trotzdem relativ gut zu sein. Ich nehme es auf jeden Fall mal mit. Kann ja nicht schaden. Äh. Gibt es eine große Lauf-R сбauppmusik oder nicht langs-R bähne, So bei der Éel. Ich sage ab, ich sage mal wirklich hinzuh privilege.